Hi Leute, wie man eventuell sieht, bin ich gerade frisch aus dem Bett gefallen. Es ist Sonntag und ich werde die ersten Tagbilder zu Ende machen, weil ich es bis jetzt leider noch nicht geschafft habe. Und ihr könnt dabei zusehen. Also ich werde ein Photoshop with me workflow verwursten. Und vielleicht interessiert es den ein oder anderen. Soll ich auch mal ein Tutorial machen, wie ich arbeite oder so. Wenn es euch interessiert, einfach in die Kommentare schreiben und ich wünsche euch viel Spaß. Und die fertigen Bilder findet ihr natürlich wieder auf meiner Facebook-Face. I I I I I I Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Back from the dead Ladies and gentlemen You're all invited to go fucking mantle on this motherfucking drop The countdown has just begun Are you ready? Let's go Go, 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 go Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.